happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute gebürsse kam und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mech arena weil free fire geht mal wieder irgendwie nicht bei mir muss ich wahrscheinlich wieder runter schmeißen wieder neu installieren ob es jetzt eine stunde probiert hat nicht geklappt also spiele ich heute mal wieder mech arena vielleicht werde ich in der woche jetzt zweimal wahrscheinlich donnerstag freitag probiere ich nochmal zweimal dann free fire zu spielen ansonsten muss ich mal gucken gut dann würde ich mal sagen ich spiele heute kein wettbewerb es ist ja montag da ist der wettbewerb geschlossen dann würde ich sagen ich spiele dreimal kontrollpunkte denn ich habe hier oben noch ein paar quest für kontrollpunkte einmal hier steht schon hier oben kontrollpunkt mit freundin spielen freundin spielen kontrollpunkt erobere drei kontrollpunkte in einem kampf müsste aber eigentlich ist machbar auf jeden fall kommt immer auf die karte drauf an was habe ich hier noch für quests die beiden habe ich nicht das ist 2 gegen 2 die habe ich auch nicht die waffen dann habe ich hier noch verbessere das level eines piloten dreimal geht nicht da bräuchte ich mehr piloten coins verbessere mich oder waffe fünf mal das habe ich gestern gemacht jetzt heute wird das nicht mehr klappen das kann ich vielleicht machen nachher ja schauen wir mal auf jeden fall mein ziel ist es halt kontrollpunkte einzusammeln damit ich hier die sieben habe und darum die drei werde ich die quest jetzt erstmal probieren deswegen viel spaß beim video und bis klar ok los geht es wir nehmen wir nehmen wir nehmen hier den ich muss ja nicht die mitte erobern ich muss nur drei kontrollpunkte das ist eine sehr gute karte um drei kontrollpunkte einzusammeln ok zwei eingenommen wiederum weggefahren drei eingenommen schön schön also eine quest haben wir schon mal fertig hier soll ich noch ein paar Leute killen vielleicht noch ein paar kontrolpunkte einnehmen weil die wochenaufgabe ist ja schnell hintern schutzschild die wochenaufgabe die man hat ist 16 mal ein kontrollpunkt einzunehmen nicht in einem spiel insgesamt aber kann ja das hier auch schon mal probieren woher wusste das nicht hin ach naja egal kann das schwer noch stehen mit der artillerie vielleicht krieg ich ja noch einen kill schon gewollt kein kill mehr bekommen zweimal der müsste zweimal der mvp der ist doch besser okay ich habe mit den drei stück eingenommen ja gut da haben wir auf jeden fall die eine quest fertig sogar drei quest dann schaue ich mal gleich was für eine nächste quest was noch für eine quest ich machen kann und dann bis der beste dann bis gleich die nächste runde geht los also ich muss immer noch kontrollpunkte einnehmen ist eigentlich alles das andere ist schaden machen mag ich jetzt hier ein sniper nehmen ich weiß gar nicht warum ich den eingenommen habe ich will mich da oben hinstellen und dann mal schön snipen eine war jetzt einmal hier den kleinen den kleinen lonzer das ist ja durchgerannt durchgerannt oder durchgebrannt gibt es doch nicht ich bin down ich bin down war klar gut von Sitz und Sniper und schießt die erstmal ab und dann geht es weiter darum muss einer dass wir ein bisschen in Deckung gehen bevor er schießt schießt die schießt die ok ok der nächste los komm um die Ecke ok ein Stück weiter ok dann gehen wir jetzt zu den rüber jawohl auch getroffen ja meine Waffe ist leider noch nicht ganz so gut deswegen macht die nicht so viel Schar an aber ansonsten geht das gut mit den snipen ja ok da ist er jetzt grad stuf runter gefallen sonst hätte ich den vielleicht auch noch gewischt problem ist wenn ich hier snipe und ich habe nur k ja ja das war ein volltreffer das sind glaube ich alles nur KIs die ich habe da unten wo der schießt zurück so regenerieren nachladen regenerieren regeln das ist das ist das ok ok down ist er da kommt gleich einer hoch schnell nachladen ok der ist down ja wir liegen an gewinnen sehr schön das müssen wir gewonnen haben wenn die jetzt sich die Mütter einnehmen der eine will nach rechts rüber laufen es gibt es nur noch den einen jawohl knapper Sieg aber wir haben gewonnen ich habe aber nicht so viele Kontrollpunkte eingenommen was eigentlich mein Ziel ist Eroberungen ich brauche viele Eroberungen ihr seht hier 3 Stück äh 2 Stück bei denen bei der Quest noch und bei der anderen sind es jetzt noch 6 Quests 6 Eroberungen sein vielleicht schaffe ich die in der nächsten Runde 6 Stück kommt auf die Runde drauf an also dann bis gleich die nächste Runde geht los ich habe mir am Wochenende mit meinem Kumpel Betty Booms angeschaut den Spieler der macht ja richtig schön Schal nicht so wie ich aber ich denke mal er investiert doch Geld ich bin mir nicht sicher aber ich denke schon oh ist das hier wieder lagy bisschen ok das war ja klar mit denen jetzt sie hier ankommen ich weiß nicht keine gute Idee ich probiere es trotzdem der hat mich doch gar nicht getroffen schnell rüber bevor einer auf mich schießt ha genauso ausgerüstet wie ich ist er ist halt nur schon ein bisschen stärker als meiner warum die und die nicht da ist hinter der Wand schnell nachladen ok der ist da ja gut den kann ich jetzt auch noch nehmen ja mit dem ist würde ich sagen auch nicht so gut ich kann zwar um auf die dächer mit den gehen aber der dahinten ist der thr wie der auch mal heißen heißen das schafft man nicht leider nicht leider nicht geklappt ich bin diesmal nicht dabei das ist so traurig zwei siege eine niederlage drittbeste eroberung der zweibeste mit einer eroberung ärgerlich aber zweitbeste aus dem team, minus 15 punkte bekommen obwohl es so 300 unterschied ist aber so ist es halt das schlechteste kriegt minus 60 naja ich glaube das hier ist KI sogar die KI war besser als ich yes I die warum hat der mir Schaden gemacht ich denke mal der hat immer Schaden gemacht als ich Baby Bottle ist glaube ich auch eine KI das ist Poppy Figaro ist KI und der hier meine ich ne der ist keine KI eine KI und das sind glaube ich zwei KIs keine ahnung egal ich habe verloren ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du noch mal links vorbei seid bis dann mit euch viel spaß und auf Wiedersehen tschau tschau und da ist das